Eingang zum Labyrinth und dann der Eingang zur Höhle. Oh Mann. Edge. Achso. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. So, alle tot. Ja, die da plündern, weil die haben Pfeile dabei. Du bist voll, du bist voll, du hast hier noch den Grünsteinring. Grünsteinring. So. Immer dieses Pfeilmanagement, aber hm. Ja gut. Ach, Aurochs. Fällt mir doch nicht ins Wort. Für die Gefallenen. Ja. Alle Orochs tot. Hier hatten wir gegen Tazok gekämpft. Ist ja auch wieder respawn. Nö. Gut. Vierkark. Vierkark scheißt gerade mehr oder weniger auf uns. Okay, der Rest da ist überflutet. Gut. Mal gucken, was Vierkark uns noch zu sagen hat. Ihr seid zurückgekehrt. Warum müsst ihr mich belästigen? Ihr solltet verstehen, dass die Kinder der Götter Besseres zu tun haben. Ich gehe dann. Ein Klug und Zug. Ihr werdet leben und hübsch alt werden, zaghafte Frau. Ich warte, was immer ihr wünscht. Das werden wir sehen. Ich warte auf euren Befehl. Das heißt Fluch brechen, das brauchen wir nicht. Ich brauche das. Immunität gegen Zauber. Bringt mir gerade nur nicht viel. Deswegen lieber verschwimmen. Ja, Hera, kannst du noch was? Das ist gerade nicht. Verteidigungskontrolle. Was kann ich tun? Du... Das da. Du das da. Du Gesang. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Du hast... Todeswolkenstab. Gut. Wenn ihr es wollt, sprecht frei heraus. Waffel. Braucht ihr etwas? Todeswolke. Oh, Mensch. Der Waffel, der Stand geschärft. Bereit, los sie verlieren. Ja, bei wieder Furchtbann. Ja, bei wieder Furchtbann. Hier du sie hast liegen, wenn ihr Hilfe anzubieten habt, würde ich sie dankend annehmen. Gut. Ich habe Furchtbann vergessen. Keine große Herausforderung. Die Dienerin der Natur ist bereit. Äh, ja? Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ich warte auf eure Schuhe erledigt. Ich helfe wo immer ich kann. Okay, der ist doch ein bisschen böser, der gute Vierkark. Okay. Äh, Furchtbann. Hm, keine große Herausforderung. Äh, ja? Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Das Wasser-Schmetterhorn noch mal. Senken wir mal deine Resistenz ein bisschen. Oh, ich bin schon tot, oder was? Ja, ich bin schon tot gewesen. Okay, nächster Versuch. Hm, ich warte. Keine große Herausforderung. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Die Dienerin der Natur ist bereit. Oh, ja. Senken wir mal deine Resistenz. 4K ist tot. Aus, ja. High-Keldon. rote drachenschuppen eine ganze Menge Schuppen des rote drachens konnten geborgen werden das heißt, dass man mit der Makita aus eine mächtige Rüstung schmieden kann Umhang des Schildes Fähigkeit, Trägerheit, minus 5 auf Rüstungstasse gegen Fernkampf und minus 1 gegen andere Waffen Wirkungsdauer, eine Phase, Ladung unbekannt 40 mal Zielen Ziele, Gürtel der Zähigkeit Ach, das ist einmal täglich Wow Durch was kriegt er Zielen Das frage ich mich jetzt gerade wirklich Jetzt sind alle ermüdet auch noch Okay Ach ja, und auf alle ist größeres Unbehagen gewirkt Gut Ich warte Natürlich Damit ist 4 karg aus dem Weg geräumt Das können wir dem guten Windspiel mitteilen Wenn es das ist, was ihr wollt Aber ja, das war auch ein ziemlich guter Erfahrungsboost Talisa kann bald die nächste Stufe erreichen Minzo und Keldon sehen auch nicht so schlecht aus Yoshimo auch nicht Und Airi ist auch gut dabei Ich muss bald rasten, mein Freund Ich habe keine Lust, später müde zu sein Wenn meine Fähigkeiten die höchste Konzentration erfordern Ja, wir rasten, sobald wir draußen sind Yoshimo Achso, ja, wir heilen uns mit Haltzaubern Wo ist schon Hamsterbühne? Ja, hier unten will ich aber nicht mehr rasten Jedenfalls nicht jetzt, nachdem ich 4k getötet habe Ach, kommt Leute, da oben Ich weiß, ihr seid fähig, durch eine Tür durchzugehen Ihr müsst eure Gruppe erst So Euer Wunsch ist mein Begehr Dann verschwinden wir noch von hier Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Ja, ich werde einfach wohl das Ergebnis für den Tempel hinnehmen So, wir sind draußen Und ich werde hier jetzt ein Save machen Spiel speichern Wir haben ja wenigstens etwas geschafft LP 027, jetzt richtig Und dann sehen wir uns gleich wieder So Und dann sehen wir uns gleich wieder